I'm the realest one that's rapping Oh my god, oh my god If I die I'm a legend When they lay me down to rest Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge HiFSG 2.0 Hier auf der Map Catching fire Ja mal gucken was wir so reißen können Der Typ neben mir rennt auf jeden Fall nicht los Nice Spawn ist immer wichtig wegen diesen Raketen hier Die sind sau stark Ich muss gucken Natürlich krass dass er hier erstmal TNT sendet Nein, ein Schwert lol Ja was auch ganz cool ist so bei dem Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut Dieses HiFSG 2.0 Zeug Die Teams nerven natürlich aber das ist ja halt so Kann man nicht ändern Das ist keine Ahnung Was ich cool finde ist dass man Keine Waffen sofort am Spawn Bekommt Weshalb man nicht sofort gekillt werden kann Das ist auf jeden Fall ganz cool Und ja ich finde auch geil dass es halt einfach nur 1.8 ist Es gibt nicht so viele Hacker Finde ich Die Teams finde ich nerviger muss ich sagen Aber ja Okay da unten ist noch ein Gegner Ich habe echt nicht guten Stuff muss ich sagen Gibt es hier auch noch Crap Ich muss mal die Rakete irgendwo setzen Am Strand ist man Ja man könnte sie hier irgendwo setzen Ich werde es mal hier glaube ich Hier auf diese Fläche setzen Oh was hat er für Stuff Kacke Und den sollte ich nicht kämpfen Von der anderen Seite kommt auch noch jemand Hier oben sind zwei Läuft So muss man das machen Leute Wenn man schlechten Stuff hat einfach Ein klein bisschen clean Nein Nein lasst es Ach really Leute Habt ihr alle Aids oder so Oh ich bin weggekommen Ich dachte schon Teamview oder was Ich hasse Teams wirklich Teams sind so eklig Die sollten hier auf jeden Fall No Team machen Ich auf jeden Fall Keine Ahnung Dass man so aussuchen kann Ob man hier eine scheiß Team runden will oder nicht Würde auf jeden Fall Zehnmal so geil sein Okay ich setze mal die Rakete Habe ich noch etwas Gutes Ich glaube nicht Schon drei Kills läuft auf jeden Fall Ich warte mal kurz hier Bis meine Rakete ankommt Und ja Unser Stuff ist eigentlich Nicht so schlecht Wenn wir jetzt gleich eine Eisenschwert bekommen wäre nice Schreibt mal in die Kommentare Ob ihr vielleicht öfter Halves gesehen wollt Ich habe eigentlich im Moment schon echt Bock drauf Hauptsache die Teams versauen mir nicht die Laune Also Das ist manchmal echt ein bisschen eklig Keine Ahnung Aber an sich geht es schon So da vorne ist jemand Gehe ich auf jeden Fall gleich rauf Na der hat auch nichts für mich was ich brauche Also Wieso sollte ich da rauf gehen Ich werde einfach mal versuchen zu clean Sieht mich glaube ich nicht Ich wollte einfach einen Hit auf ihn haben Damit ich den Kill bekomme Weil er stirbt Ist ja auch ganz Interessant gemacht Dass man irgendwie einen Kill bekommt Ne Junge Er denkt auch Ich bin hier irgendwie freundlich und lass ihn leben Ne bestimmt nicht Ich hätte gerne sein Eisenschwert Ich hätte gerne sein Eisenschwert Nein meins Neulch und Deathmatch Ich habe es nicht bekommen Okay Leute Das ist jetzt traurig Ich hätte gerne das Eisenschwert bekommen Ach man Ich habe so Crap Stuff Im Gegensatz zu dem wahrscheinlich Ich habe TNT was ich noch benutzen kann Was ich auch benutzen werde Es bringt einfach nichts hier rauf zu gehen Okay Ich habe es mit den ein Ich weiß gar nicht Da liegt hier noch was schönes TNT Kann ich auf jeden Fall mitnehmen Das kann er hin und wieder auch ein bisschen retten Eine Suppe Ja brauche ich nicht Erstmal ein Standbild Läuft Okay das Match Gucken Was wir jetzt hier am besten machen Vier Spieler Alles außer einer sind auch Premium Spieler Wird vielleicht nicht so leicht Mal gucken Team versus Teams Es gibt kein Teams Was will der denn Ne So ein Wort gebe ich niemandem hier Jol die Team Oder ich dachte Hä die haben doch eben gefragt Okay dann machen wir halt mit Teams Ja Junge Du kommst hier nicht ran Wie ass jetzt ja warum teamen die denn jetzt Nein Mein Mate brennt Ey wenn ich jetzt zerteamt werde Wieso teamen die denn überhaupt Wir haben nicht geteamt Obviere ist was Achso er hackt wahrscheinlich angeblich Habe ich mir auch schon kurz gedacht Dass der vielleicht nicht ganz so legit ist Willst du wirklich einen Baukampf haben? Den kannst du haben Den kannst du haben So Okay Leute dann hoffe ich dass die Folge euch gefallen hat Und ich würde sagen Bis zum nächsten Video Und Ciao Ciao Ciao